Dies nimmt jetzt doch Kurse auf die GroKo einbeschehen jedenfalls am Donnerstagabend tischte Parteichef Martin Schulz 61 mit seinen wichtigsten Genossen einziges Thema wie kommen wir wollen unser im kategorischen Main zu einer Fortsetzung der Koalition mit der Union wieder herunter. Ein böses Gerücht macht die Runde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017